Ja, äh, zwei Minuten fehlen leider gerade. Ähm, wir haben sie beide gerettet, sind dann hier ins Lager geritten, aber leider hat's Tahira nicht geschafft. Wir werden jetzt, äh, uns unterhalten. Ja, äh, zwei Minuten. Ich werde nicht versagen wie meine Untergebenen. Keinen Fuß werde ich auf die verfluchte Halbinsel dieser Wilden setzen. Und doch werden sie sich beugen. Okay. In den Sinai. Deswegen sind wir sein Begrüßungskomitee. Aus Feuer und Blut. Wir wählen diesen Weg nicht. Er wählt uns. No, auf, 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 auf. Die Römer schlachten unschuldig ab. Was bitte? Oh. 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 Oh, ich trete dich in den Hintern, Alter. Oh, ich trete dich in den Hintern. 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 Ja, 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 ja! 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 Ja, ja! Ja, ja! Ja, ja! Ja, ja, ja! Ja, ja! Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Ja, ja, ja! Ja, 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 ja! Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Oh Sehr gut Da haben wir Befehl Die Kalenden des Juli Oh Juppita Bitte gib mir Strecke Von all meinen Tagen Frage ich mich heute am meisten Ob ich der Erde Und was die Götter uns gern verdient habe Ich habe jahrelang unablässig gekämpft Und meine treuen Legionäre eingeführt Und doch spüre ich nichts als Lehrer Und wenn ich nicht etwas magisches In diesem Berg mit der Legende der Splitter Von den Sternen finde Fühle ich mich gänzlich von dir getrennt Großer Gott Ich will vom Glanz der Götter kosten Ich vermisse meine Familie Und werde die gesamten Nächte Mit meinem Löwen verbringen Und zweifellos nach Westen blicken Blickt Und dem Großen rum Entgegen brüllt Wenn ich die Reichtümer Diesem traurigen Landes Nachhause bringe Oh Oh Große Mut Birke in mir Okay 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 Der Tod erwartet euch Bei der Macht von Horus Bei den Strahlen Reis Große Mut Birke in mir So Was auch nächstes Ich habe eigentlich gedacht Ein direkter Angriff ist besser Aber scheinbar Was das hier sind Voila Was das hier ist Ich habe ich mir Ich habe ich mir Ich bin der Mann, der Mann, der sich nicht so verletzt. Ich bin der Mann, der Mann, der sich nicht so verletzt. Was ist das? Sistee! Das ist wahr! Das ist ein Verwaltender! Das ist ein Verwaltender! So... Oh... Machen wir es. Die Kastelle stark sind und unsere Ressourcen in unserer Hand bleiben. Ich habe kein Verlangen, das Volk des Hina'i zu treffen. Sie sind Bürger und Diener Roms. Wir gaben ihnen Freiheit im Torsch fürs Land des Türkis. Sein großer Reichtum wird unsere Kassen füllen und im Gegensatz können wir ihnen langsam Wohlstand und Kultur bringen. Ich habe nicht vor, lange in Asi und Nähe zu bleiben. Ich helfe bei den Ausgrabungen, sorge dafür, dass alles nach römischem Recht abläuft. Ich werde nach Judea reisen, um König Chiroles zu treffen und eine Allianz mit Markus Antonius und Cleopatra zu sichern. Bis dahin findet ihr mich auf meiner Oktere, Feldherrufio. Bei der Macht von Horus! Wir haben leider keine Möglichkeit, da so rüber zu kommen, zu dem Schiff. Ich habe, ich bin Maneere! Ich habe, ich bin Maneere! Ich bin Maneere! Hier ist die R cylch. Dort bestätigen. Warum durchkreuzst du meine Pläne? Die Verborgenen werden dem Orden niemals Luft zum Atmen lassen. Also stimmt es doch. Die Verborgenen existieren wirklich. Wir geteilen. Seltsam, dass ihr dieselben Dinge wollt wie wir. Frieden, Ordnung. Doch unsere Ideen werden überdauern. Du kannst mich töten. Doch uns wirst du nie töten. Cäsar schuf einen starken Orden. Bevor ihn dein Weib Feige und Hinterrücks ermordet hat. Unsere Macht lodert im Schatten. Und wir erzeugen diesen Schatten. Die Verborgenen holen dich. So, sprich mein Ammonet. So, sprich mein Ammonet. Das können wir überhaupt hier, oder? Ich bin dran. Ich bin dran. Wir müssen die Verborgenen so beständig wie den Orden machen. Es gibt ein akuteres Problem. Gamilat, jede seiner Taten wird glorifiziert. Die Leute sehen einen Gott in ihm. Er kämpft für die Freiheit seines Volkes. Wir haben gerade ein Massaker erlebt. Ich habe mit den Leuten geredet. Es gab viele solcher Massaker. Jedes Mal schickt der Gamilat seine Rebellen, um die Römer zu provozieren. Sie verstecken sich zwischen den Dorfbewohnern und fordern so die römische Vergeltung heraus. Dabei werden viele Unschuldige abgeschlachtet. Du sagst, er tut das wissentlich? Dieser Taktik bringt Märtyrer für seine Sache hervor und Familien, die sich unbedingt an den Römern rächen wollen. Er wollte ein Gemetzel, um mehr Rebellen anzuwerben. Und auch nicht zum ersten Mal. Das Volk bezahlt einen hohen Preis für den Aufstand. Er ist ein Freund. Erinnere dich. Cleopatra war sogar mehr als das. Und doch war mein Vertrauen zu groß. Dank dir habe ich den Fehler erkannt. Das werden wir wohl jetzt rauskriegen, ne?